Muss das wirklich sein? Anstatt sich über das Geschenk eines Fans zu freuen, stichelt Helene Fischer lieber dagegen. Und alle sehen dabei zu. Wenn Helene Fischer auf Tour geht, greifen ihre Fans tief in die Tasche, um ein Ticket zu ergattern. Und nicht nur das. Ihre Liebe zu Helene ist so groß, dass sie der millionenschweren Sängerin auch noch Geschenke kaufen, in der Hoffnung, ihrem Idol damit eine Freude zu machen. Doch anstatt sich dankbar zu zeigen und die Treue ihrer Anhänger zu würdigen, beleidigt Helene ihre Fans fies, so wie gerade bei einem Konzert in Köln. Die Läster-Attacke nimmt kein Ende, dort warf ein Besucher ihr eine Packung Fruchtgummis auf die Bühne. Doch die Reaktion des Schlagerstars fiel anders aus als vermutlich erhofft. Die mag ich eigentlich nicht so gerne, so Helene nach dem Aufheben der Tüte. Und legte sogar noch einmal nach. Bah, das ist dieses Ekelhafte. Wie gemein, dass sich ihr Fan wahrscheinlich lange Gedanken darüber gemacht hat, was er ihr mitbringen könnte, schien der Sängerin völlig egal zu sein. Denn ihre fiese Attacke ging weiter. Sie platzierte die Fruchtgummis am Rand der Bühne, sagte, ich lege das mal hier hin, da kommt später schön Feuer raus. Ein Sprichwort sagt, wie man in den Wald hereinruft, so schallt es heraus. Wenn auch nur ein Fünkchen Wahrheit darin steckt, dürfte Helene bald nur noch wenig zu lachen haben.